Richtig Kölsch geht es jetzt bei uns auch weiter mit den drei Kolonias. Die feiern dies ja nicht nur Weihnachten, die feiern auch ihr 33. Bühnenjubiläum. Seit der Zeit sind sie unterwegs, schreiben immer wieder neue Programme. Das jetzige heißt, es muss ja nicht immer Carnival sein. Das passt natürlich jetzt ganz gut, weil jetzt wollen wir ja erstmal Weihnachten feiern. Hier sind die drei Kolonias mit einer etwas kleineren Besetzung heute. Dafür mit weiblicher Unterstützung die drei Kolonias und Elke Bräu mit Hellish Orphans. Zünde, pute, uste, muß, freut man sich wie jäck. Et jetzt will ja Arbeit und auch jetzt will ja Dreck. Nee, wat tägt die Rauderjungs mit alles, mit jäfülle. Doch et ist et bissje still, wat fährt es dat jäfülle. Doch heilig Orphans kommen se los. Allein zu sind, dat halten se los. De man steht an, da dür wie jedes Jahr. Es glücklich stimmt, de fans sind wieder dort. De man steht an, da dür wie jedes Jahr. Es glücklich stimmt, de fans sind wieder dort. Wann se komme wie ne Blitz, steht ma alter Rat. Und et esse wie bestellt, ob da Orphans plat. Die zwei Bügele mit der Wäsche. Mann, die sind für dich. Es ja zick, bin wieder fort. Mes wie doch jägen für mich. Doch heilig Orphans kommen se los. Allein zu sind, dat halten se los. De man steht an, da dür wie jedes Jahr. Es glücklich stimmt, de fans sind wieder dort. De man steht an, da dür wie jedes Jahr. Es glücklich stimmt, de fans sind wieder dort. Manchmal hört man wochenlang, nix und mäht sich sorg. Hoffentlich ist keiner krank, prüft er morgens durch. Ganz vor Schlafen können stimmen, bap, lass mich je weg. Alles klar, hat jedes Minute, nur mach dich bloß nicht je. Doch heilig Orphans kommen se los. Allein zu sind, dat halten se los. De man steht an, da dür wie jedes Jahr. Es glücklich stimmt, de fans sind wieder dort. De man steht an, da dür wie jedes Jahr. Es glücklich stimmt, de fans sind wieder dort. Applaus für zwei von den drei Colonias. Gute Besserung an den Dritten und an alle, die es sonst noch nötig haben. Und Elke Breul, völlig Orphan, da sitzen auch die großen Kinder, die Fans, wieder zu Hause. Gute Besserung an den Dritten und an den Dritten und an die